Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hotplus Simulator. Heute machen wir da weiter wo wir letztens aufgehört haben und wir starten dort rein. Schreibt mal in die Kommentaren wie ihr die Kamera persektiv besser findet. Mit Hintergrund oder ohne. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Würde mich interessieren. Aber jetzt mal hier rein. Ja das bildet es. So. Einmal etwas lauter aber. Ein bisschen was hört. So. Woher waren wir? Letztes. Mit der Aufgabe. Genau. Quest 4. Yeah baby. Let's go. Äh. Ressouriere von Bauteilen. Verdiene 27.000. Okay. Verdiene 27.000. 27.000. Ähm. Ressourierung vom Bauteil. Wir hatten letzte Folge doch noch ein zweiter Motor. Oder? Wo ist der überhaupt hin? Okay. Okay. Egal. Ähm. Wo ist der? Hier war doch der drin. Ne? Kann man hier in den Eventar gehen. War das? Ne. Glauben nicht. Ah okay. Dann müssen wir schauen. Was wir machen. Wir geben noch Palau. Ah. 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 Out ist so. 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 Gut. Jetzt raus. Du 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 du. Hier. All right. Steht da noch was? Ne. Gut. Dann. Ähm. 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 Ja. Nichts. Genau. So. So. Hier links. Und dann. Gerade. Aus. Stopp. Hier. Den will ich schabeln. So. Stopp. 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 Danke schön. Hier. Und dann hier. Aufladen. Ne. Aussteigen. Pumpe. Steck aus. Hallo. Aussteigen. Danke. So. Hier. Aufladen. Nummer eins. Haben wir. So. Leise. Hier sieht man ein paar Autos. Kann man überhaupt auch Autos restaurieren? Hier kann man das nicht machen. Hier kann man das nicht machen. Mal. Was zum Teufel ist. Das. Was zum Teufel ist. Das. Junge. Eine getötete. Motosiege. Junge. Hier ist viel. 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 Da war. Hier kann man das nicht machen. Kann man das überhaupt als mitnehmen. Hallo. Ah. Kann man das als mitnehmen? Drucksack. Eh. Ja. Da nehmen wir alles mit. Ja. Ja. Die kann man nicht mitnehmen. Schade. Da ist die drunter. Kein Plan. Ja. Hier sind noch ein paar Sachen. Das ist was. Großer Kanister. Das ist. Ölwonne. Kann man das alles verkaufen. Spann an oder? Das nehmen wir mit. Für System noch drin. Nix. Hier ist noch eine. Ja. Nehmen wir auch mit. Haben wir überhaupt Platz. Ja. Noch ein Teil kann ich mitnehmen. Ein Teil. Mit dem Verarschen. Kleiner Schrubbplatz. Junge. Motorblock. Geil. Nehmen wir mit. So. Jetzt brauchen wir ein zweites Auge. Am besten eins mit dem Motor. So. Rein damit. Und. Geld machen. Kisch. 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 Geld. 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 Ja. So. Und einmal. Aufladen. Danke. Und wir kommen. Gleich wieder. Kann man hier noch alles drin. Zylinderkopf. Auf. Na ja. Gut. Alles. Mit vor. So. 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 Weiter geht's. wieder nach hause. Bei. Bei. Bei der sache. Ziemlich. Ich hab schon ein bisschen was drin. Was sie? Ja. Mh. Lape muss einfach sein. Jo. Moin. wir haben die letzte folge erklärt zuerst hierhin kann man die autos entladen so einmal ein kaputtes auto mit motor entfernen wir sofort da ist nichts drin wir entnehmen den motor ganz einfach das teil und legen das irgendwie schon mal gelernt ich weiß nicht mehr wie das funktioniert aber wir haben das klären auf jedenfalls kann man das nicht restaurieren ohne motor ist das nicht gerade wahrscheinlich egal das bleibt erstmal liegen hier ich muss teile restaurieren bauteile restaurieren 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 wir restaurieren jetzt viel besser haare richtig inlegen auch wieder gut aussehen und 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 so einmal dringend die objekte entstehen auch was mit beöffnen wir das teil und entnehmen das genau so wir müssen die bürste haben bürste 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 ist da genau so jetzt putzen wir das teil ich weiß nicht warum aber das ist so ein gutes gefühl wenn man irgendwas schmutziges hat das dann putzt ich weiß nicht wieso habt ihr das auch oder nur ich es einfach so ein geiles gefühl wenn man es sieht was schmutzig ist und es einfach wieder sauber macht ich weiß nicht bin ich der einzige trotz mal in den kommentaren habe ich der einzige binde das so fühlt aber ich hoffe nicht ansonsten bin ich crazy ja gut bin ich auch so aber egal so schön putzen ja da ist auch noch geil boah ich feier das so so hart irgendwas schmutziges richtig geil putzen das wieder richtig gut aussieht ich bin nicht der einzige wo ist denn schmutzig hallo einmal sauber da war noch was ist das ok ah ja krass sonnenstrahler so wo ist jetzt der sonnenstrahler das ist denn sonnenstrahler so oh ja das sieht das ist der sonnenstrahler ja das ist der sonnenstrahler ok dass der irgendwie das scheiße gewollt habe aber ne jetzt schon richtig so ja gut ist das teil sonnenstrahler richtig sauber geil oh irgendwie ist es echt ja was haben wir das teil jetzt zu weit wie da ist noch was kommt nicht ganz dran schön saubermachen schön saubermachen sonst waren wir das teil ja sieht ja so geil aus ja und jetzt lackierpistole lackierpistole welche farbe können wir die farbe aussuchen können wir leider nicht schade aber sieht wieder gut aus hier alles schön adaptieren eine sache sieht ja so gut aus ne oben hin so oh ja das ist gut aus oh man komm schon ja jetzt haben wir 78% fest ja ja top oh ja genau so wir müssen 27.000 taben ok wir haben noch paar teile restaurieren eine gestalt bringe das objekt mit restaurierung im namen der gestalt platz das ist platz platz im namen der gegenstehen dann nehme ich das wieder mit mir darüber das ist was anderes wie hallo 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 wieder eine objekt zum restaurieren habe ich jetzt verarschen jetzt will ich mich verarschen ne hab doch ein platz hier was was hey oh 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 ich hab das ah scheiße scheiß drauf das zwei herzog beginne und der gegenstehen zu arbeitsplatz zu das ist doch der arbeitsplatz oder steckte ich hab da ein zweites arbeitsplatz wo man das machen kann das ist doch hier bringt das objekt mit dem restaurieren restaurieren jetzt ich hab da ein das ist doch ganz gut ja das ist doch das ist doch ich hab da ein das ist doch es ist ja wir haben da ein wir gehen die motor suchen aber zuerst macht das auto noch mal zum schrott 22.000 haben wir jetzt ich möchte gerne wissen ob ich das auto restaurieren kann oder nicht schade mit der banane aber ja so kommt wird das zerschrottet so einmal hierhin und runter runter aktivieren das war es mit weh ich kann man es schön langsam unterlassen ist was anderes ne so schließen wir das mal schön reindrücken so aufklappen umschalten und runter so aktivieren wir den magnet wieder gut sputzt rein damit einmal aufnehmen so rein hier und runter runter lassen tschüss auto das war es mit dem auto so haben wir das auch schon mal geklappt raus damit so aktivieren und raus damit das war es mit dem auto geld 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 so wo ist der motor der nehmen wir mit dann müssen wir restaurieren rucksack einstecken dankeschön so restaurieren wir die mal vielleicht bekommen wir ja schon genug geld um die restauration zu beenden rucksack einstecken brücke 1 um die mhm was naja stimmt das müssen wir auch noch machen 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 wir später 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 wenn wir das alles restauriert haben wenn wir alles restauriert haben machen wir hier weiter das ist der motor da können wir so einmal höchsten alles schön machen hier wieder verändern so putzen 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 wir putzen so 상strahler zurück der ist hier haben wir jetzt gelernt und ohja hier strahlt das ganze teil einfach mal ab so ja so wunderbar alles schön Sonnenstrahlen auf die Knie gehen und hier auch noch mal alles schön strahlen auch unten alles schön Sonnenstrahler durchfahren so ja 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 so und auf mal hier so so alles schön strahlen wir alles das sieht schon hier längs und hier noch mal alles putzen müssen wir aber fast alles haben ja aber so zurücklegen und dann mit dem hier bist du hier wenn wir das teilen wieder bisschen schön so wenn wir stehen gemacht hier ja 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 so was sie auch noch so ja ja sehr schade aus 70 prozent da fehlt noch ein bisschen was das nicht wo die sind aber 70 90 93 wunderbar kommen wir 23.000 wir müssen 27.000 jungen irgendwo noch ein stimmt das auto mal mit sagen wir noch dass man das nicht gestorben mal die nicht gestorben netbringer subject mit dem namen der gegenstände ja egal so das lege ich mal einfach hier hin zu dem anderen teil 2 von 20 nehmen wir das auto ist hier nehmen wir mit was ist überhaupt hier noch alles irgendwas wo man solche teile restaurieren kann exit hier ist nichts hier noch hier wird noch ein paar teile suchen um zu restaurieren mal einsteigen vor gegen die wand man das teil wird sich ja beschissen das ist elke wird ich besser lenke als das teil hier so vollgas geradeaus ob es eine schramme die frau wird wieder freuen haben wir wieder eine schramme ins auto gemacht war so einmal angekommen waren die teile noch mal hier ist das elektromotor einstecken hier haben wir motor gehäuse kann man das vielleicht zusammenfügen nehmen wir mit elektro große kosten schade hier ist noch so ein haufen auch mal weg fülleinlast und so ok sehr schön nur ein so ein schrotzteil hin ne ok mal schauen was haben wir von autos gehts auf ja Junge jetzt haben wir motor geklaut Zylinderkopf haben wir schon einen Hammer hauen wir mal auf mal auf die Fresse mal auf die Fresse die schon wieder hier haben wir noch alles hier nicht mehr viel ne die autos kommen wir an anderes mal oh hier geht auf hallo oh ja da liegt wohl nichts mehr drin kein auto kein motor nichts keine Heckklappe mehr scheiße das geht nicht auf das geht auf nein nix drin scheiße ok wir gehen mal hier links und dann fahren wir zurück ouch ne Beule im Wagen die Frau freut sich nicht das sage ich jetzt schon ist nicht froh so so jetzt holen wir das noch alles ist ja ich muss mal sagen ne voll gegen voll gegen das teile oh schmack ist dagegen aber voll dagegen gefahren das kann man auch restaurieren das ist irgendwie ein zylinderkopf irgendwas so toll ist das aber egal so wir putzen das teil putzen 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 schön sauber machen ja das ist kleiner geht es ein bisschen schneller ein prozent ist auch sehr gut so ist der letzte vier prozent hallo ist das hallo ist das jetzt prozent jetzt haben wir es junge so sonnenstrahler nehmen wir mit so alles schön abstrahlen hiermit bekommen wir nicht viel geld da ist es sicher ich hoffe wir bekommen aber genug alles verkaufen kann ich gehe noch mal durch so ja 70 prozent haben wir jetzt aber jetzt noch mehr mit den lachbierpistolen das sieht mal gut aus das sieht echt mega gut aus das ist toll ich glaube dass das also schön wird junge das für ein geiles teil ich glaube hier das teil Das war es nicht. Hallo, wohl sehnt sie. Auch nicht. Ah, hier. 900. Ja, gut. Das war, du wusstest. So, jetzt haben wir noch ein Teil. Hier, den kannst du wählen. Ja, okay. Was größeres. Oh, mehr. Schließen wir mal. Und dann wird das geputzt. Sehr schön gemacht. So. Wo sind die Prozent wieder? Ah, hier. Wo sind die? Hallo. 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 Wo sind die Konzente hin? Oh, wenn hier dann. Ah, hier brauchen wir noch was. Ja, gut. Jetzt habe ich nichts mehr. Unmöglich. Ja, jetzt sagen wir es. Junge. So, Sonnenstrahler. So. Schön drüber fahren. Komm. So. Ja. So. Ja. Komm. Das Teil machen wir noch fertig. Für uns mal zu schaffen, wir kommen. Das ist alles zu beendet. Das ist alles zu beendet. So. Haben wir auch geschafft. So. Lockierpistole. Das nervt. Irgendwie ist sonst in der Ecke. Muss hinlaufen. So. Ich weiß nicht, was das für eine Lockierpistole ist, aber das wird gut. gut. So. Alles schön. Ab. Klackierpistole. So. Klackierpistole. So. So. Alles schön. Klackierpistole. Okay. Es hängt gut aus. Jetzt bisschen mex machen mit ihrem luckel hier. Dann ist alles gut. Kann ich überhaupt den Strahler vorne ändern? Jetzt, ihr es wisst... oder das Spiel selbst spielt, hat's wirklich gerne in Kommandant. das würde mich wirklich interessieren weil das hier dauert einfach so lange mit dem strahl so wie alles haben wir 71 prozent ja gut so kommen wir jetzt mal die 72000 oder muss ich noch was restaurieren ja haben wir was bekommen wir 1500 noch ein teil wir müssen noch ein teil und das können wir nicht wieso können wir das nicht einfach restaurieren im name der gegenstand zum restaurieren zum platz das ist weg ich weiß nicht wo das teil hin ist aber ok müssen wir das teil vielleicht anbauen egal haben wir noch irgendwas wo man noch was machen kann wir gehen nochmal schauen ich muss noch ein teil haben ein teil müssen wir noch haben ein teil bitte 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 ein teil oh man ich habe mich festgefahren brauchen wir nur noch ein motor oder sowas ich verkauf mal die einzelnen teile hallo hallo kann man nur wahrscheinlich durch die motor machen genau so was haben wir was bekommen wir 2000 dafür das 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 war eine neue demo ja leute ist hiermit das spiel vorbei und ja ich möchte das spiel komplett kaufen hiermit wünsche ich euch einen wunderschönen tag und pass auf euch auf und bis zum nächsten mal tschau tschau tschau